Moin und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute zum Thema Kakteen-Update Ende Juli und ich lasse jetzt einfach mal die Bilder für sich sprechen, genau. Und hat euch dieses Video gefallen, dann lasst doch einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst die Glocke läuten und hier an der Seite seht ihr dann noch Video-Vorschläge, könnt ihr auch mal draufklicken, wenn sie euch zusagen.